Suche nach Spieler. Suche nach einem neuen Spieler. Suche nach Swans. Hi Leute und herzlich willkommen bei Teezy to Bash. Und wir kommen zur ersten Aufnahme bei Teezy von ProClub. Was geht ab, ihr Schwänzchen? Was geht? Das kann schon Benji gewesen sein, eben schon wieder. Ja, Jungs. Das war Steinski. Nein. Ja, wir haben auf jeden Fall starten wieder das legendäre Crew ProClub. Beim guten Proski haben wir auch schon die erste Folge aufgenommen. Checkt die auf jeden Fall mal aus. War auch nicht chaotisch oder so? Auch nicht lustig. Und ja, bei den anderen werdet ihr auch jetzt immer regelmäßig immer Folgen finden. Also checkt die auf jeden Fall aus. Und wenn ihr ProClub feiert, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und ja, ihr seht hier schon unseren guten Mann. Der muss sich ein bisschen reinpurschen. Ja, da muss ich purschen rein. Und ich würde sagen... Ich fick dir, du fickst, er fickt. Wir alle ficken. Wir müssen ficken. Warum fickt er nicht mit dir? Er merkt schon mit der... Machen wir einen Benji. Sei ehrlich. Machen wir einen Benji. Ich würde einfach sagen, wir gehen ins erste Spiel rein. Halt die Schnauze. Wartet mal kurz. Shisha-Umfalle? Nee, der Hund ist alleine oben. Und das hat sie jetzt nicht gut angehört. Ich sag der F*** gerade oben, Alter. Ja, Benji's Mann. In seiner Hundehütte. Suche nach Fila. Suche nach einem neuen Spieler. Suche nach 20. Von wem? Benji 23 Berlin. Ja, Intro ist schon klar. Intro ist so selbklar. Ist das jetzt für Steini? Die Locken in der Arena. Das ist wie ein Automat. Achtung. Das ist wie die Kronleuchter. Das ist wie die Kronleuchter. Aber gestern hatte ich einmal Freispiele. Das waren 30 Freispiele oder so. Der hat richtig gegönnt. Ich sag, Broski ist immer weiter. Mich zieht der immer runter. Ich verstehe nicht, was ich falsch mache. Ich will nicht mehr reinstecken. Ich will nicht mehr. Digga, die lügen. Das sind die Spielsüchtige. Glaub denen nichts. Ich will nicht mehr. Die wollen, dass du auch zockst. Die wollen auch, dass du auch zockst. Die wollen, dass es dir schlecht geht. Geh in die Opa. Kannst du dir auch gerne fahren? So. Guck mal, ob wir hier was besseres rauskriegen mit dem Brosco. Achso, ey. Wir müssen kurz sagen. Wir sind rot. Wir sind rot. Gelb. Gelb, gelb, gelb. Hey. Die Hoffnung spielt im Sturm, wollte ich nur mal sagen. Wohin wollen wir auch? Warum darf Broski denn gehen? Man kann seinen Brow gar nicht bewegen. Ich kann meinen auch nicht bewegen. Ich glaube, die Rauer kriegt Anschiss. Ich auch nicht. Hey. Es backt rum. Ja, lass alle quitten dann, oder? Ja, raus. Komm. Jetzt. Jetzt. Nein. Jetzt. Nein, ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin auch raus. Lol. Ist es gerade gegangen, oder was? Ja. Wer wird denn da hinten so einen Scheiß? Hey. Freispiele, Alter. Freispiele. Aber dann geht nichts. So, jetzt hopp. Rein. Ach, ich kann. Rein. Let's go. Ach, guck mal nach vorne. Und zack. Und zack. Komm, Tom. So, jetzt müssen wir es nochmal sagen, wer jeder ist. Tom Tankwart. Ja, genau. Genau so, Jungs. Wir steuern alle. Also, es ist ein rot. Und Broski, du bist blau. Blau. Benji, du bist gröner. Die Farbe der Hoffnung ist gröner. Und der Steinski ist? Gelb. 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 Play to me. Und durch. Oh. Aber da läuft man plötzlich viel schnelleren Pester, als wenn Broski alle gespielt. Er wird nicht zehn Jahre der Ball gehalten. So gefällt mir das. Loch. Hier überlaufen. Ich überlaufen. Ich überlaufen. Jetzt Loch. Oh, Loch. Ja. Loch, 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 Loch. 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 Ist der Anton Cameron. Ich überlaufen. Ich überlaufen. Broski, du hast es auch nach dem Schieben. Der Sticktaste ist direkt daneben. Der ist so fett, dass soll ich machen? Ich bin 167, 167. Keh, oh, Maschallah, Bruder. Hast du. Bros. Uff, uff, da, uff, da, Tätere. Mama, du, sag, hu. Alk. Oh. Na klar. Na klar. Hazard, Alter. Ist doch der Eden, ey. Machst du nix gegen den Eden. Wie rotzt er denn den bitte rein? El-Ahmadi. Alter. Kann man mal halten, oder? Tschüss. Ne, ne. Jetzt aber. Schießen wird eh schießen. War eh klar. Aber so schlecht war es ja nicht. Er läuft ja gar nichts. Das war Ball als erstes. Das war Ball als erstes. Das war... Nein, los, los, los. Boah, im Quad-Dry. Hui. Boah, schönes Ding, schönes Ding. Boah. So, jetzt keiner die Beweise. Durch. Ja, beautiful. 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 Goal, 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 goal. Was ist hier, eine? Groove, Groove. Ich bin in der Kamera. Opa. Spin for me. Wer denn da? Steff. Hey, das war traumhaft gespielt. Traumhaft gespielt. Sehr gut. So, komm. Dreh das Ding in hier. Ja, schöne Balleroberung, Benji. Ja. Einmal gelobt. Broski. Broski. Boah. Oh. Zeig was, Digga. Zeig was. Benchkopf. Oh Gott. Oh Gott. Nimm mich denn ins Spiel. Nimm mich denn ins Spiel. Oh Gott. Oh Gott. Schade. Schade, danke, Bratan. Und jetzt. Mach was raus, schick ihn. Schön. Und jetzt komm, jetzt verkackst du bitte nicht, Benji. Oh. Oh. Schade. Geh, Benji. Jetzt, 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 jetzt. Stamm, wo? Ne, mach doch wieder nichts. Lange, lange, lange. Oh, ich hab lang durchgedrückt. Ich hab was durchgedrückt. Wwe-Move gemacht hier. Reinskopf. Linie. Er klaut ihn einfach. Jetzt. Mach ihn, jetzt. Ja. Kammer, Kammer. Let's go. Ich lepp. Sehr schön. Ey, warum leppst der nicht? Steini, du bist eine Natur. Da ist. Schönheit. Mann, Fretz, komm, hau ihn um. Und ich kämpf. Und ich kämpf. Ja. Eddy, Panzini. Das ist ein Tozky, ganz ehrlich, wenn du keine. Oh nein. 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 Der hat dich zerstört, ey. Der hat dich aber stehen lassen, muss man schon sagen. Digga, stichst du den? Der ist Schiri. Der ist ja richtig kahl. Ich bin die verkackte Maschine. Der ist Broskis Partner. Das wisst ihr alle. Das wisst ihr alle. Das wisst ihr alle. 7,5. Der muss den halten. Ja. Oh. Oh. Ja. Das ist. Nein. Das wäre der Mann fürs Leben gewesen. Scheiße, wir sehen uns beim nächsten Spiel, Jungs. Hopp, jetzt mach. Wollt jetzt gewinnen, oder willst du... Was macht? Was macht der denn da? Und jetzt direkt nach vorne. Jetzt kommt er. Keiner im Rückraum. Wieso ist da keiner im Rückraum? Wollt rennst denn du wieder rum? Jetzt. Oh, Steini. Oh, go, Steini. Jawohl, das muss einzeln unsichern. Go, go, Steini. Der verkackt, ne? Der hat aktuell die Puchse voll. Was machst du denn? Warum spielt er denn da noch über? Steini nimmt die Blinden, Blinden. Der hat einen Stock aus der Hand. So, Benji, komm schon. Schön. Oh, oh. Oh, ne, Papa. Oh, ne, Papa. Oh, ne, Papa. Oh, ne, Papa. Oh, ne, Alter. Achtung, 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 Achtung. Warte mal, warte mal. Verpiss dich. Verpiss dich. Oh, wieso trägt ihr das nicht? Oh, schön gemacht, ne? Der war ja so stark. Der war eigentlich nicht... Endlich. Endlich spiel er mal auf. Benji hat den gemacht, fand ich nicht so gut, muss ich sagen. Ne, das merkst du, das ist die Trainerfrage. Unter uns blüht ein Benchkopf auf, ja, bei Kroski ist er einfach klein gehalten worden. Ich werde keine mehr von euch vertrauen, weil nach fünf Minuten steckt ihr sowieso einem wieder direkt den Schwanz in den Arsch. Ja, du findest doch eigentlich ganz geil, oder nicht? Ich wollte gerade sagen, jetzt war das noch ein Stück gegen den Schwanz. Boah! 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 Ich bin da aus dem Stadion gerutscht. Marien! Nutzt eure Chance! Boah! Spiel! Hier spiel ich nicht, Kroski. Ich erinnere dich an deine Folge. Boah! Ich würde vernetzen hier. Das war alles. Das war volle Kraft voraus gerade bei dem, ne? Oben rechts! Oben rechts! Torwart! Oben rechts! Oben rechts! Oben rechts! Oben rechts! Jetzt muss er nur bekommen, sorry. Ja! Ja! Ey, hopp! Immer wieder die Anstrengung hier. Chip, chip. Oah! Digga, was ist der? Ja, hast du gesehen, wie die wechseln? Wer von euch verteidigt darf? Einmal bitte den Controller ausschalten. Einmal stark! Digga, hast du gesehen, wie die hinten plötzlich wechseln beide? Alter, der Kieper! Ich glaube, wir sind besser aufgestellt, wenn ihr ohne Controller spielt. Die hinten ist krass. Oah! Ich glaube, das war wirklich Schuss. Ich habe einfach reingewingst. Ja, das ist auf der Position am besten. Komm, komm, komm. Spiel nochmal links auf. Oh! Ja! Und Frick! Frick! Ja! Ich deb, deb, deb! Jonny deb, 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 deb! Hä? Benji pumpt. Ja, das wollte ich vorhin auch machen. Ganz unten. Jawoll! Stark, komm. Stark. Warum denn? Der muss flach kommen, aber der muss flach kommen. Lang, 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 lang. Lang, 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 lang. Ja, oder so. Easy! Leiser! Leiser! Der kann auch gar nicht! Keine Hände, keine Füße und auch gerade auch nicht! Rufbein! Wir brauchen ein Tripling mit dem. Wow, wow. Ja, jetzt klingelt er. Wow, wow. Ja, was willst du machen, wenn dein Stürmer, der 1,98 ist, nicht mal einen scheiß Ball annehmen kann, Alter? Da kann ich auch eine Schildkröte da vorne reinstellen. Boah. Tom Tankwart ist sauer. Tom Tankwart ist sauer. Tom Tankwart, Alter. Wahrscheinlich heißt dein Onkelsohn, schafft irgendwo eine Tankstelle. Deine Mutter heißt Sohn, schafft an der Tankstelle. Schell um die Ecke bei mir und gib immer Truckerwürstchen auf ihren Nacken. Und meine Truckerwürstchen klatsche ich auch gern auf ihren Nacken. Dann nennt man wahrscheinlich Onkel Tom Tankwart. Da hab ich noch eine Truckerwürste, ist ein Onkel Tom Tankwart. Der zeigt mir auf der Toilette immer so ein Loch, wo ich durchgucken soll. Bock, willst du gucken? Geh, geh, geh. Ach Gott, ist der sauer. Ach Gott, ist dieser Tom Tankwart sauer. Das ist mein kleiner Benji. Das ist mein kleiner Benji. Das brauchst du. Komm, 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 komm. Jetzt kannst du richtig schön. Ich hör dich nicht, Benji. Komm, ich war mit. Jetzt kannst du richtig schön viel wegpiepen am Anfang, weil hier noch ein Tor passiert ist. Philipp. Lang, Tom. Ja. Es ist noch einer so scheiße. Das war Steini. Ja, sag ich ja. Ey, diese Bostade. Jetzt will das wissen, genau. Na grad, dann nach der Ballrolle spiele, Digga. Das wär super weg gewesen. Und Benji holt den Ball wieder. Super. Ich häng ihn rein. Ich häng ihn rein. Ich häng ihn rein. Kann ich den auswechseln, den Brodski? Wechseln aus. Digga, du bist nur am Skillen. Und zwar blind und blöd. Du bist halt auch nur 1,20 groß, Digga. Alter, was erwartest du? Wow. Darf ich einmal kurz von euch hören, auf welchen Kappe dieses Tor geht? Im Kader. Ja, was macht denn der für eine Scheiße? Ich geh nur auf den Socken, Alter. Ich werd die ganze Zeit nur gefoult. Ich bin der kreative Kopf hier im Spiel. Und er macht's wieder alleine. Rechtsum wird jetzt eine Abstimmung eingeblendet. Was denkt ihr? Wechseln? Ja, nein. Für Brodski aber. Gehört er ausgewechselt oder nicht? In die Verteidigung. Die sind gerade wirklich auf Pause. Jungs, ihr müsst verteidigen. Ja, ich bin ja da. Guck mal, was hab ich denn da für ein Pech? Was hab ich da für ein Pech? Ich hab Brodski jetzt in die EV gezogen. Wirst ihr nicht auf eure Wangen ziehen können? Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Guck mal, guck mal. Der in der Verteidiger! Ah! Du fährst zurück. Du Basta, das ist nicht ehrlich. Du Hurensohn! Ich bleib rechts vorne, juck mich nicht. Eingeleitet von Avatar. Digga, das ist Technik, ja? Weil die wissen, die denken, die sind komplett verwirrt. Digga, ein Zidane kriegt 50 Millionen. Gib uns auch einer! Gib uns einer! 100 Millionen! Steini! Was machst du denn da? Steini! Willst du mich verarschen? Jetzt, 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 jetzt! Bitte rückdoppel! Oh! Okay, Steini! Steini, zieh dir als Strafe zurück in die EV. Oh nein! I make you sexy! Oh! Kann er nicht! Kann er nicht! Kann er nicht! Will er unbedingt alleine! Will er unbedingt alleine! Mach dann! Oh! Wieder der, ey! Der hat die Soße! I make you pay! Alter, wie viel Goals macht der denn? Ah! I make you sexy! I make you sexy! Er wollte einfach nicht, dass andere auch eine Folge gewinnen! So stempel ich diese Folge hier ab! Ist so! So stempel ich das hier ab! Machen wir uns einen Stempel mit drauf! Machen wir uns einen Stempel mit drauf! Ja, danke Proz! Ich mache Vorstellungen, Leute! Also alle ganz kurz für Proz! Klatsch da, Heinrich! Alle für Proz! Wer der selben Meinung ist, lässt einen Daumen nach oben da! Deshalb macht er den Ausgleich! So, seid ihr bei dir! So, Jungs! Da haben wir unseren guten Mann hier nochmal ein bisschen geupdatet! Ich würde sagen, wenn ihr das feiert, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da! Checkt bei den anderen auch immer die Folgen dann aus! Schön, ja? Ja, erklär mal, wann die Folgen wie kommen! Ja, wissen wir noch nicht ganz genau! Sorry, brah! Aber die kommen sind bei euch! Die nächsten kommen auf jeden Fall bei Steini und bei Benji! Müsst ihr abchecken auf jeden Fall! Das sind die nächsten Folgen! Und... Wie ist denn raus? Die drei anderen, Tom Tankwart, Broski und Steini haben das letzte Wort! Ciao, ciao! Also kommt vorbei, Tankstelle Aral an der Ecke, ich mach euch Jugendpreis! Alle joholten! Alles klar! Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal!